um um das tun sie mir einfach zu machen ich will doch nicht gehen was die ganze Stadt und das ganze Teil Strom versorgt das ist doch was die Stimme falsch gelatscht auf der ersten Schauschütze Positionen. Gut, dass sie eine Lücke von mich gelassen haben. Die letzte Zeit beim Nachfahren ist nur Sniper kriegen. Oh, na. Hat er gedacht, er könne dem Leben noch irgendwelche Leute schießen? Ach der Unsinn, doch nicht. Ach, ich liebe Headshots. Ist das noch einer? Noch ein Leben da? Ach, ich liebe Scharfschützen. Ich liebe es, Scharfschützen zu sein. Das ist einfach so, ja. No sniping, no fun. Das ist mein Motto. Okay, darf ich bitte hier runter? Ich kann nicht mal wieder snipen. Gibt es sich eigentlich auf den Boden? Ach, guckt euch mal an. So, da ist der Informantia-Trinne da hinten. Da. Dörf, darf ich auch. Oh, er kommt jetzt am Leben nicht mehr klar. Nach der Aktion. War zu heftig für ihn. So, Seife. Es geht runter. Es geht nur nach Abwärts. Ups. Ups. Ich mach gerne Friendly Feuer. Da weiß man wenigstens, dass man noch lebt. Ui. Ist immer schön, wenn man weiß, wer wer ist. Was war denn das jetzt? Kostet einer einzelnen Tomorrow Crucial Missile. Äh, wenn es jeder zu teuer irgendwas ist. Wir wissen doch, dass die Kriegs-Marsch-Innen nicht teuer ist. Die sind nicht so neu. Wir wissen, dass die Kriegs-Marsch-Innen nicht mehr nachladen lassen. Ah, im Klipsen nicht mehr nachladen. Das ist ja noch perfekt hier. Verlass dich aber gerne am meisten Zeit. Boah, es geht doch eher ab. Vor allem läuft mein Team-Kamerad einfach an dem Typen vorbei, der mich beschießt. Auch sehr schönes Teamwork. So ist der hier. Na ja. Ich nehme keine Haftung für Kanaden, die in welche irgendwie anders sind. Ja, hier ist er. Kommt auch cool. Stören mit dem Scharfen zu mir. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Okay. Do it, bitch. Do it now. Okay. Na los geht ins Ungewisse. Aber ich will keine Finger an irgendwelchen Stellen, die ja, elektrische Gäste. Sascha ist tot. Und der, der nach Sascha gerufen hat, ist auch tot. Ah, was ist denn das für Drogen? Ja, vielleicht schießen wir noch random. Sonst geht's euch gut. Oh, es ist so hell. Ähm, ja. Wo geht's denn da? Aha. Aber das ist auch schön. Kann man auf dem Klo wenigstens noch ein bisschen Scheiße spielen. Ja, äh. Nessern kennt. Wie lustig, wenn der mal ein Gefehler nicht auswirft. Du weh, ja, bitte. Du weh. Jetzt weiß gar... Wer ist das? Nikolai. Bist du in Ordnung? Nikolai, bist du es? Ja. Nein, Nikolai. Du bist es nicht. Dann geht, dass ich mich rausgeholt habe. Bitte. Aber kein Problem. Aber das ist schön, dass ihr das Paket habt. Los geht's, los geht's. Los geht's, los geht's. Reicht, wenn du es einmal sagst. Aber das ist in Ordnung. Jetzt könnt ihr doch sagen, setz doch einfach dein Nachtsichtgerät wieder auf. Und das mache ich. Und jetzt könnt ihr sagen, setz doch einfach dein Nachtsichtgerät wieder ab. Und das habe ich gemacht. Das nenne ich Gedankenübertragung. Äh, ja. Wo geht's lang? Da geht's lang. Und da kommt auch schon unser Helikopper. Unser T-Git-Auto-Fiel. Na, das ist doch super. Granate. 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 Sehr schön. Ich habe zwar gar nicht Leerkast gedrückt, aber macht nichts. Was ist er da? Zu viel Spinner-Serie gespielt hat. Ich möchte ganz Spinner-Serie fliegen. Die Revision beginnt jetzt in ein paar Stunden, wieso? Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden den Alasad niemals lebend kriegen. Sonne, nur tot. Witzig. Paul Jackson. Bitch. Paul Jackson ist ja ein Schwarzer, ne? Und was passiert mit dem schwarzen Hauptcharakter? Ja, genau, Ladies and Gentlemen. Er stirbt. Was sagt uns das? In jedem Spiel, wo man einen schwarzen spielt. Oder in jedem Film, wo ein schwarzer Münch spielt. Als zumindest Action oder Horrorfilme. Der Schwarze stirbt immer als erstes. Man, that's so fucking weird, actually. Aber, aber ist echt so, ne? Ist das noch nicht aufgefallen? Wenn es noch nicht aufgefallen ist, dann müsst ihr mal Horrorfilme, oder Splatterfilme, oder Slash-Movies, oder... So, müsst ihr mal angucken. Der Schwarze stirbt immer als erstes. Aber, oder, wenn der Schwarze nicht als erstes stirbt, stirbt er jedenfalls trotzdem. Irgendwann stirbt der immer. Das ist so krank eigentlich. Alles ist so rassistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, das ist halt Hollywood, ja? Ich hab mal auf meine eigenen Steam-Schutze. Das macht mich so glücklich. Das sind auch die besten, die man als Amerikaner durch die, äh, ja, durch die Städte huschen darf. Na los. Go the fuck down. Nice. Okay. So, boah. Ja, deine alten Leute kommen, was machst du? Du sperrst ab. Hier kann auch jeder durch, Alter. Das ist überhaupt, das ist so unnötig, Griffin. Echt? Was hast du falsch gemacht? Du sagst jetzt, was du falsch gemacht hast. So dann bleib jetzt hier stehen bis Griffin und sag, was er falsch gemacht hat. Ich höre. Du brauchst nicht weggucken. Das ist auch nicht gerade vor der Haft. Wir sind immer noch da und sehlich. Da hab ich nichts mehr zu sagen, ne? Da ist das Zielgebäude. Tür auf der linken Seite aufbrechen. Formieren. Ich will aufbrechen, ich will aufbrechen, ich will aufbrechen. Yay. Oder auch nicht. Warne mal fahren, warne mal fahren, warne mal fahren. Was macht der da rein ins Schloss? Ah, er macht nicht mehr. Ja, warum hab ich mich jetzt selber geblendet? Ist doch unfair. Ja. Geh vor. Ja, ich muss dir immer vorgehen. Oh. Ja, sie dürfen aber auch übelst geil, ne? Äh, dann lasst uns mal hier irgendwie langlaufen. Äh, ja. Genau. Keine feindliche Aufklärung gefunden. Äh, ich würde gerne die Schriftwinde haben, weil Schriftwinde macht mich irgendwie an. Und ich hätte gerne noch was anderes Schönes. Ja, die Schriftwinde ist so lustig. Ja, die hätte ich gerne noch. Super. Hast du, natürlich erstmal nachladen, das ist ganz klar. Guck dich mal die KI an. Die KI ist der Hammer. Besonders von unseren Freunden. Juhu. How I love Shardgans. Bitch. Oh, guck mal. Jetzt rechnen sie nicht damit, dass man von hinten ankommt und sie erschießt. Was fällt hier unten? Hier Rest noch. Ah, das wäre ja auch man will den Vorhaben. Black Ops, aber das Vorhaben eben nicht. Wir haben ja kein Cross-Over-Gameplay, ne? Das wäre dumm. Oh, jetzt hat er grüfen wieder das... Ich finde das so dumm. Guckt euch mal. Ich bin so dumm. Ich versuche mit der Strohkwinde auch Fernkampf zu machen. Ah, ein Fail. Oh, wow, wow, wow. Ich liebe Strohkwinde einfach nur in Spiele. Und wir machen sie schön rooms und wir machen sie schön... Das sind einfach lustig. Ups. Ja. Na, na. Oh, Scheiße. Äh, ja, ja. Das war jetzt aber knapp. Oh, was war das denn jetzt? Die Freiheit ist keinesfalls ein freies... Das ist gut. Okay, jetzt gehen wir an. Ich weiß nicht, wie wäre eine Granate. Und da sind doppelt. Schöne, aber dass das jetzt das Negativanschrufen ist, natürlich viel an der Nachladezeit. So, und das Schöne beim Spiel ist es, ich spiele so nicht ein Blut, ne? Äh, das ist nur hier. Ich bin lustig aus, mit Schrufen ist echt schön blutig, das Spiel. Das heißt, schön blutig, das ist jeder. Das ist nicht so brutal. Ja, das... Ja. Aber natürlich. Und auf Fernkampf sollte man eventuell nicht mehr Schroffinde machen. Aber wen interessiert das denn? Erstmal nachladen. Ich kann vielleicht mal die so wechseln. Kommt da jetzt noch einer? Anscheinend nicht. Ich finde die feindlichen Aufklärungsdinger on the way. Bitsch, 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 bitsch. Ops, sorry. Das wäre jetzt böse ausgegangen. Jetzt kommt er natürlich oben. Das ist schon wieder so. Das ist schön für die Verbündeten. So. Von links liegen hier übelst viele Aufklärungsdinger rum. Also auf, auf, auf dem Terraform, keine Ahnung viel. Blablabla. Und mach gut. Ach, ich liebe es. Wenn die Kanaten, wenn die Feinde die Kanaten zurück...